Willkommen zu Kirby Triple Deluxe, Triple Deluxe, sprecht es aus wie ihr wollt, da gibt es ja riesige Streitigkeiten anscheinend, aber ich, ich spreche es aus wie ich es möchte, genau, ja so mache ich das, ja willkommen zu einem neuen Let's Play und ich möchte nämlich gar nicht lange fackeln hier im Titelscreen, deshalb sage ich einfach mal Kirby, geh mal ein bisschen nach hinten, in dem Bildschirm, genau, versteck dich hinterm Logo, und da würde ich auch schon sagen, los geht's, Intro. Oh Gott, nein, fast ganz hinten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, first try, was ist das da, irgendwie folgt Gegner, die ich noch nie gesehen habe, noch nie, weg da, sehen aus wie so hohle Baumstämme, Köpfe, keine Ahnung, oh mein Gott, zu viel Risiko. So, einmal die sieben, einmal die eins, einmal die drei, sechs Hotline, ähm, nein, keine Ahnung, lass das dann mal los, kann ich das nicht irgendwie so, nein. Ach, bin ich eigentlich blöd? Ach so, hm, tut mir leid, tut mir leid, ich, ich, ich hab, ich hab meine Zeit gebraucht, um das zu realisieren. Ich hab hier oben Feuer. Hab, ah, Kirby. Kirby, danke. So, und da muss das hier drüben sein. Boah, okay. Ach so. Ah, Mann, ah, Mann. Ach so. Oh mein Gott, das war cool. Oh mein Gott, war das cool. Oh mein Gott. Nein, 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 nicht darunter. Und da kann man mit ihrer Fähigkeit halt etwas, oh, what the fuck? Wie geil. Care for Kirby, ist am besten. Nein, 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 Kirby, 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 Kirby. Kirby, geh nicht drauf, geh nicht drauf. Ist ein ganz einfacher Boss, ist ein ganz einfacher Boss. Boss. Nein, 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 nein. Das ist mir verarschen. Was ist das für eine Fähigkeit? Oh mein Gott, was? What? Alter. Wie geil. Oh mein Gott. Das mag ich. Das ist cool. Welchen habe ich jetzt? Jetzt habe ich den vom Boss. Was zum... Bin ich jetzt fast Sonic? Oh mein Gott. Das ist süß. Oh mein Gott. Ich habe auch so eine Mütze. Oh fuck. Nein! Nein! Verdammt. 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 Da vorne. Wieso mache ich das? Wieso bin ich so blöd? Ganz, ganz ehrlich. Wieso bin ich so blöd? Wieso? Holy shit. Ja, wir haben in der Schule von Sommerferien, letzte Woche haben wir noch so ein Sportlager. Und da darf man so drei Sportdaten auswählen. Davon werden dann zwei wirklich genommen. Der andere Rest da wird dann halt einfach so, ja, du darfst das halt nicht, weil da schon zu viele drin sind. So, bam. Weg da. Du musst da hinten schauen. Ey, Alter. Ich hab doch. Au. Was? Shit. Vor allem kann ich da durch. Hä? Ach so. Im Hintergrund sieht man... Ob da... Im Hintergrund sieht man das. Ey, Alter. Ich soll echt schlafen gehen. Ich soll echt schlafen gehen. Ich soll echt schlafen gehen.